eraser ich bin gespannt was ich könnte mir erst mal einen schluck von mein super metal eraser ring schmeckt nach metall ok so gut weiter geht's ich denke hier kann man nicht mehr bekommen gehe ich jetzt einfach mal von aus hier können wir auch noch so schokobo ist glaube ich jetzt nicht so interessant wonder square wir gehen an die wonder square das klingt so ein bisschen nach wunder ich glaube sie ging es hoch ja hallo kleine wer bist du vorsicht vor dem meteor wer bist du hier hallo ich bleibe da selbst wenn ich allein bin dann tu das tu die kann in zwangern trallali und super dank na das sagt uns noch was oder ich bin der super dampfer und zwar ein richtig krampfer also den super dank haben wir schon auseinander genommen ihr könnt ja den part sieger euch noch mal anschauen da haben wir das kreuz und quer durcheinander genommen armfrestling wir machen du hast 952 gp tauschen ach kann ich hier tauschen gold ticket haben schon turbo äther ich will gerade nichts tauschen was ja haben wir noch nicht genug armfrestling mega sugo ich versuch es oh gott welche tasten muss ich hier noch mal drücken sumo ringer bin immer erst mal sumo ringer so komm her du stück scheiße und okay okay schon mal gut geklappt ist das ein wachschlafen okay komm schick mir mal hier ein gegner keine krümel hier nimm mal den ringer was bist du für ein lümmel alter boah das gibt rache moment ich nehme mal jetzt hier das gamepad das ist ein bisschen besser pass auf du ringer penner komm 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 gibts mir guck mal nochmal herrn meine güte mir sind ja fast die augen rausgekommen hier so noch mal so ein ringer lümmel hier so hand entspannen und kriegt man ja krämpfe hier im hals da sieht ja so macht man da kriegt man hier den goldenen daumen hier noch mal gibt mir noch so eine lasche dampfgurke hier mit gamepad geht es doch ein bisschen schneller und lerne dich mal zu rasieren okay man muss wissen wie man drückt das geht eigentlich ich versuche obwohl das eher so klingt als würde ich auf dem klo einen abseilen aber das eigentlich auch egal und nun 9 oder bohr gereckschwein al patron den dass ich mir ich will ihn noch einmal besiegen ich tue einfach so als wäre ich auf klo und würde mich von meiner zigarre trennen und ich sag ja ich hab den goldenen lümmel hier zwei gp erhalten oh man hier diesen kampf ding hier wo war das da gab es noch so ein wo man kämpfen kann das bräuchte ein extra part weil soviel ich weiß gibt es dort wie soll ich sagen da gibt es mehrere stufen und so eine stufe die man nicht schaffen kann so kommst du hier klar ich kann nicht aufhören egal was draußen passiert ich muss spielen ich muss das alles spielen was ist denn hier kann man da auch was machen wunderpänger ich versuch's ja ein trank okay gleich noch mal ich krieg mir irgendwas schönes gibt mir ein trank gibt mir dampf drei gp erhalten noch mal ich mag gold sosa gerne ich mag es so gerne ich hab sie lauter sterne ich hab mich so lerne ich träge ein bisschen durch irgendwie trank kann doch was anderes geben hier du klöner lümmel ja ich versuch's mal na was geht das scheiß gerät ja so kommen wir drücken noch mal einen ab hier ich versuch's noch in abseilen und dann gehen wir weiter okay dreißer ja hier wusst wie so hier noch einmal nostalgisch probieren wir noch mal ja scheiße ne da komm ich nicht mehr rein aber wie gesagt der part sieger guckt euch den an da haben wir das teil schon auseinander genommen so wo sind wir hier ui was haben wir hier ein schneespiel natürlich beschleunigen wechseln um abzubremsen bremsen brauche ich nicht um zu springen links rechts zum schneiden was im schneiden für alle bla 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 okay und versuchen müssen erstmal reinkommen hier so okay so was ist das hier für eine taste dass es springen ich schaff das ich hab das was auf die steuerung hallo ich würde gerne mal vorankommen habe ich überhaupt irgendwas eingesammelt habe ich punkte ich bezweifelte schneiden wie kann man hier was ist ein schneiden was ist denn das wie schneiden wir hier eigentlich was was passiert schneiden oh gott müssen die kaktus sie im weg stehen wo kommt schon an decke können wir uns auch stoßen das ist ja sehr nett ich glaube wir sind schon ganz gut oder irgendwie geht sie nach geschwindigkeit oder nach punkte das schneid doch du arschloch nicht bremsen bremsen brauchen wir nicht oh gott ja 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 okay was ist denn das okay kommt klaut ich mach eine schöne figur beim sprung oder ja 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 denn ballon ich sehe den bald voller bäume nicht hier scheiße imitate hier muss kommen wir schaffen das da ist ein grüner ballon ging können wir uns Die gönne ich mir. Ja. Okay, jetzt geht es irgendwie links lang. Oh Gott. Muss das Schild auch noch so rumstehen? Und ja. Oh. Ja, gehen wir doch aus dem Weg, du Arschloch. Wieso steht hier eigentlich alles im Weg rum? Oh Gott. Nochmal links. Links. Links ist da, wo der da um rechts ist. Was ist eigentlich schneiden? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Schneiden. Moment, ich probiere mal das Gamepad. So, was ist hier? Wo springt? Nee, weiter. Ach, da springt man. Okay. Das ist bremsen. Okay, wir schaffen das schon irgendwie. Schneiden, springen, springen. Ach so. Ach so. Das war ja die Taste. Mensch, muss hier alles im Weg stehen. Dieser Scheiße hier. Was soll denn das? Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Komm. Ja. Bestnote, oder? Was haben wir hier? Gesamt furchtbar. Was? Furchtbar? Na, pass mal auf. Euch zeige ich Furcht. Jetzt bin ich hier mit Gamepad. Jetzt bin ich hier King Klaus hier. Klaus. Ich kriege euch alle. Wir gehen diesmal rechts lang hier. Hunde A. Okay. So. Oh. Da ist ein schöner blauer Ballon. Den gönne ich mir. Ja, den gönne ich mir auch noch. Ah, schneiden ist. Oh. Da sind wir. Ah. Da sind wir. Mann, du Arschloch. Wie fährst du denn? Oh. Schneiden, da können wir so ein bisschen schneiden. Hier so ein bisschen schärfere Krufen. Aber irgendwie wird das nichts hier mit Bremsen. Oh. 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 Ah, das hilft mir. Wie beim Tennis. So rumstöhnen beim Springen. Oh. 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 Na, nicht wirklich. Aber komm, furchtbar. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Klaus, du bist der Beste. Ah. Oh. Ich komme. Oh. Oh, das ist aber eine scharfe Krufe. Oh, den blauen brauchen wir. Nein. Ich habe gesagt, den brauchen wir. Menno. Nach zwei Kästen Bier fährt, glaube ich, jeder so. Moment, das spricht nicht für mich, oder? Den blauen nehmen wir noch. Was seid ihr denn für Ärsche? Geht doch mal weg. Sag mal. Alle sind hier, um mich zu stören. In meiner Höchstform. Oh. Oh. Ah. Ja, voll durchgesprungen. Mann, bin ich gut. Oh. Oh. Geht doch mal weg. Okay, okay, okay. Ha, 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 ha. Ich springe da doch überall rüber, rüber. Ziel, was? Schon? Ba, 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 ba. Sind wir immer noch furchtbar? Was soll denn das? Wieso sind wir eigentlich furchtbar? Die Technik. Die Technik. Njam, 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 njam. Zeit ist doof. Na komm. Einmal probieren wir es noch. Wir nehmen aber den anderen Weg. Dann gehen wir es mal links lang. Und der Abriss stelle ich mir zwar was anderes vor. Aber es soll ja mehr oder weniger bedeuten, dass wir hier nochmal alles spielen. Weil wir ja nicht wissen, ob wir nochmal hierher kommen. Oh. Ja. Hui. Ich sag ja, ich bin ja der King hier. Kommt ihr Pisskack. Wieso? Man fährt Schnee, äh, ähm, Board und Kaktus. Das passt doch gar nicht. Das ist doch nur ein, ein, ein. Ah. In der Wüste. Man, nimm doch die Ballons mit. Mann. Alter. Brr. Und schön die Ballons mitnehmen, Klaus. Ja, so machst du das. Brr. Fein. Wir müssen auch ein bisschen Zeit auf die... Brr. Auf die Zeit achten. Nun spring doch, du Arschloch. Meine Güter. Der regt mich auf. Brr. So, wir müssen jetzt rechts lang. Okay. Oh, guck, 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 guck. Hä? Ich komme. Ah. Brr. Das gibt es doch nicht. So, dem gönne ich mir. Nein! Du sollst dir diesen Scheiß-Ballon gönnen. Und du geh mir aus dem Weg. Boah, ich verstehe das nicht. Das ist ja nur wirklich mein Laden hier. Links, rechts, links. Mann, ich treffe alles, bis auf die Luftballons hier. Ja! Müsst ihr euch vorstellen, man ist in der Wüste und da steht nur ein Baum. Den treffe ich wahrscheinlich auch noch. Zeit ist für den Arsch. Jetzt läuft es gut. Ja. Okay, scharf links. Man geht auch aus dem Weg, du Penner. Da ist das Ziel. Den gönne ich mir. Ja. Und? Jetzt sind wir super, oder? Furchtbar. Okay, pass auf. Einmal noch. Wir nehmen die andere Strecke. Die war ein bisschen kürzer. Damit ich euch mal meine Fähigkeiten hier zeigen kann. Wo waren jetzt die? War das links oder rechts? Wir gehen links ab. Das war links, glaube ich. Oder? Oder? Oder war das jetzt dieselbe? Nee. Nein, spring doch, du dämliche Dreckarsch-Sau. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Gucken wir mal jetzt nicht zu sehr auf die Ballons, sondern mehr auf die Zeit. Oh, dass wir sicher durchkommen. Geh doch mal da rum, du 80.000-Volt-Frisur. Ja, stoß dir noch die Birne an der Decke. Oh, das ist's. Man, die Scheiße. Diese Scheiße. Gib mir die Ballons und gib mir aus dem Weg. Oh. Lachen schon oder weinig? Ich weiß es nicht. Mann, geh mir aus dem Weg, du Stück Arsch. So. Jetzt kommt King Klaus hier. Ja, so ist schön. Nein, so ist nicht schön. Die Ballons mitnehmen und bitte schnell. Schnelli, schnelli. Ja, genau wenn ich komme, steht dieser Scheißding natürlich da. Ist das ein Mistvieh. Okay, jetzt scharf rechts. Das Blöde ist, wir müssen auch ein bisschen Speed aufnehmen. Speed aufnehmen. Ah, ah, juhu, ich komme. Und ja, den grünen haben wir. Sehr schön, den haben wir auch. Und jetzt scharf links und jetzt scharf rechts. Nun fahr auf, Mensch. Jetzt nochmal scharf links. Und nochmal scharf links. Ey, ich kriege die... Ich kriege hier die Krise, geh doch mal aus dem Weg. Ich check's nicht. Alter, ich drück doch nun schon. Ey, da... Ja, 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 jetzt ist gut. Die Zeit schaffe ich wohl nicht mehr. Links! Links, Mensch! Oh, das ist das Ziel! Und wie war ich? Und wie war ich? Furchtbar. Leck mich doch am Arsch, Mensch! Ich fand's eigentlich gar nicht so furchtbar. Ich find's furchtbar, wie die mit uns umgehen hier. Was ist denn das hier? Kann man das benutzen? U-Boot? Oh Gott, ich hasse U-Boot. Ähm... Torpedos abfeuern? Ähm... Nee. Nee. Wir gucken erst mal, was wir hier noch machen können. Ne, aber wir müssen's auch nochmal machen. Ich würd ja alles nochmal machen. Na, erst mal bin ich nochmal schnell für kleine Lümmel her. Mach-Ele-Normale Mach-Ele-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach Untertitelung des ZDF, 2020